Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich kurz zwei Darstellungsformen erklären, die man für Algorithmen anwenden kann. Das ist einmal das Struktogramm und das ist zum Zweiten der Programmablaufplan. Fangen wir gleich mal mit dem Struktogramm an. Ein Beispiel für ein Struktogramm sehen Sie hier auf der linken Seite. Das Struktogramm ist so ein Kasten und innerhalb dieses Kastens werden bestimmte Strukturen dann angewendet, um hier darzustellen, wie der Algorithmus abläuft. Und Sie sehen hier ein Algorithmus für das Zähneputzen. Insgesamt ist das Programm umfasst von dieser Klammer, dem Zähneputzen. Und dann sind die einzelnen Schritte darin aufgeführt. Also Sie gehen ins Bad, Sie nehmen die Zahnbürste aus dem Behälter, Sie schrauben die Zahnpastatube auf und haben dann schon die erste Entscheidung, vor die Sie gestellt werden, nämlich ist die Zahnpastatube leer. Das ist wieder so ein Block, wo Sie dann in verschiedene Bereiche weiterverzweigen können. Nämlich einmal, die Zahnpastatube ist nicht leer, das wäre der Force-Bereich. Dann kann man die Tube weiterverwenden. Und wir können dann die Zahnpasta auf die Bürste drücken, putzen und so weiter. Und wenn wir eine leere Zahnpastatube vorfinden, dann wäre sozusagen die Frage, Zahnpastatube leer mit True, mit Ja zu beantworten. Und dann müssen wir eine neue Tube besorgen. Wenn wir die neue Tube besorgt haben, die Komplexität dieses Tubebesorgens sei jetzt hier mal dahingestellt, dann können wir entsprechend Zahnpasta auf die Bürste drücken und dann bis zum Ende weiterverfahren. Sie sehen, wir haben hier im Prinzip einen Algorithmus, der fast gerade durchläuft, bis auf die Entscheidung, die wir zwischendurch zu treffen haben und wo wir dann in den einen oder anderen Zweig zwischendurch abbiegen müssen. Ein zweites Beispiel sehen Sie hier in der rechten Darstellung. Das ist etwas komplexer, das ist ein mathematischer Algorithmus, das babylonische Wurzelziehen. Da kann man mithilfe von dem Newton'schen Näherungsverfahren eine Quadratwurzel ziehen. Und da sehen Sie hier einzelne Schritte. Ich möchte jetzt gar nicht auf das Verfahren im Einzelnen eingehen, sondern ich möchte Ihnen nur zeigen, dass dieses Verfahren aus mehreren Schritten bestehen kann und dass diese Schritte dann auch wiederholt ausgeführt werden, solange bis man auf eine bestimmte Differenz hier zwischen dem alten und dem neuen Wert kommt. Und was müssen wir jetzt dafür im Einzelnen tun? Im ersten Bereich müssen wir erstmal die Eingabe von dem Benutzer abfordern. Das heißt, wir geben etwas aus. Wir kommen bei der Wurzelberechnung. Wir sagen dann, dass der Nutzer einen x-Wert eingeben soll und verlangen von ihm die Eingabe. Das ist dieser erste Abschnitt. Und solange wie das x kleiner 0 ist, also solange wie ein unzulässiger Wert eingegeben wird, verlangen wir vom Nutzer eine Zahl. Wir lassen uns also nicht abspeisen mit Werten, die kleiner 0 sind, weil wir von denen keine Quadratwurzel ziehen können, sondern wir verlangen einen Wert größer oder gleich 0. Wenn wir diesen Wert haben, dann können wir in die Berechnung reingehen. Und Sie sehen hier schon eine kleine Strukturbesonderheit in diesem Strukturraum. Das ist nämlich dieses do while. Und da wird sozusagen dieser Bereich, der hier eingeklammert wird von dem Bereich mit do while, der wird dann so lange ausgeführt, wie diese Bedingung zutrifft, also so lange, wie x kleiner 0 ist. Wenn der Benutzer einen Wert größer oder gleich 0 eingibt, dann wird diese Wiederholungsschleife also verlassen und es wird fortgefahren mit dem Algorithmus. Dann starten wir mit dem eigentlichen mathematischen Algorithmus, wofür wir wieder Anfangswerte initialisieren müssen, das y und das y aktuell. Und dann gehen wir in die Berechnung rein. Die Berechnung besteht hier jetzt aus dem Errechnen von bestimmten Werten und von Differenzen. Das sei hier mal dahingestellt. Das kann man sich bei dem babylonischen Wurzelziehen nochmal im Detail anschauen. Wichtig ist, dass man hier mehrmals diesen Algorithmus oder diese Berechnung hintereinander ausführen muss. Und zwar so lange, wie die Differenz größer als das vorher angegebene y ist. Das heißt, wir müssen so lange hier diese Berechnung wiederholen, diesen Bereich, der durch das do while eingeklammert wird, wie wir noch etwas weiter entfernt sind von dem eigentlichen Ziel. Und erst wenn wir hier mit der Differenz nahe genug herangekommen sind, dann dürfen wir diese Schleife verlassen. Diese do while Schleife verlassen. Dann geben wir aus, dass wir ein Ergebnis erhalten haben und verabschieden uns noch. Da sehen Sie also rechts ist das schon ein bisschen komplexer gewesen. Da haben wir mathematischen Algorithmus mit Hilfe von Schleifen realisiert. Links hatten wir nur eine einfache Entscheidung zu treffen und sind in den einen oder anderen Zweig hineingegangen. Und da haben wir schon zwei Strukturierungsmöglichkeiten innerhalb eines solchen Struktogramms uns kurz angeschaut. Es gibt auch Werkzeuge, in denen kann man solche Struktogramme erstellen. Das ist hier zum Beispiel der Strukturizer. Da gibt man dann entsprechend die Abschnitte ein, bekommt das grafisch dargestellt und kann das dann auch im Struktogramm noch etwas detaillierter beschreiben. Eine zweite Möglichkeit ist der Programmablaufplan oder abgekürzt PAP. Und das führt zum prinzipiell gleichen Ziel. Wir möchten den Algorithmus systematisch darstellen. Hier haben wir jetzt rechts mal einen etwas einfachen Anwendungsfall, nämlich das Berechnen der Fläche eines Kreises. Da haben wir einen bestimmten Startpunkt. Wir initialisieren Radius und Fläche auf 0. Wir machen eine Ausgabe, um dem Benutzer zu signalisieren, dass er eine Eingabe gleich zu machen hat. Dann darf der Nutzer die Eingabe machen, die Eingabe des Radius. Und wir verwenden dann den Radius in der Berechnung der Fläche nach der entsprechenden Formel. Wir geben anschließend aus und beenden das Programm. Das ist also ein ganz einfacher Ablauf, hier mit dem Programmablaufplan dargestellt. Da kann man verschiedene Werkzeuge benutzen, angefangen von PowerPoint bis hin zu diesem wettbasierten Programm Draw.io, was beispielsweise auch nutzbar ist. Soviel also erstmal zu zwei wesentlichen Darstellungsvarianten. Und in den folgenden Videos werde ich dann auch noch darstellen, welche einzelnen Möglichkeiten Sie in dem Programmablaufplan haben. Berception. Berぉert anaire Powersplan.